Ja hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Spiel. Heute Spiel wäre das Spiel Melter. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ja, wir sollen heute ein bisschen hier expandieren. Dass wir ein größeres Reich haben. Und jetzt kommt der beste Teil, das Bauen. Nun kann ich auf dem neuen freien Territorium bauen. Wir brauchen mehr Zürmen. Lass uns also ein Zürmenhaus bauen. Dafür musst du das neue Territorium und ein Zürmenhaus auswählen. Dann drück auf interagieren. Ja, das kann ich mir schenken. Okay, man kann Zürmhäuser bauen, Fruchtstätten, Kasernen und Stützpunkte. So, das baut sich jetzt. Und geschafft. Als Gezeichnungs-Kommandantin Zürm-Zürm. Ja, mein Herr. Einige Ihrer Zürmenkameraden sollten bald eintreffen. Machen Sie sich bereit. Verstanden. So, was nun? Wenn Sie gestatten, mein Herr. Ich denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt und den Zusammenhang zwischen der Population und dem Apfelvorrat zu erklären. Oh, stimmt. Ein guter Hinweis. Hör es jetzt gut auf, denn es ist ziemlich kompliziert. Okay. Man muss die Zürmenpopulation aufrechterhalten. Freie Zürm-Gesamtzeit. Äh, sieht man dort auch. Die Zürm-Population verändert sich, wenn du ein Zürm abrufst oder ein Zürmenhaus baust. Achte darauf, dass du genug Zürmenhäuser hast und überwache den Zustand deiner Zürmen. Okay, das ist der Apfelvorrat. Okay, jedes Zürmenhausbau nötigt ein Apfel. Nach diesem kleinen Crashkurs wollen wir nun sehen, wie es in der Praxis funktioniert. Lass uns eine Furchtstätte bauen. Ja, und dafür gehe ich hier hin. Jetzt wähle ich die Furchtstätte. So wie man baut, wissen wir ja schon. Das ist eine sehr schöne Stätte, wenn ich das so sagen darf. Ich sollte wohl eine Zürm rufen und sie zur Vorstätte schicken, um den Apfelvorrat zu steigern. Das kannst du mit jeder Struktur machen, die einen Zürmslot hat. Sie werden über dem Gebäude angezeigt. Hierher! Sieh dir das an, der Apfelvorrat ist gestiegen. Dank des gestiegenen Apfelors sollten nun mehr Zürmen in den Zürmhäusern produziert werden können. Apropos Zürmen. Solltet ihr auch etwas über den Zustand hungern und über den Mangel von Zürmhäusern erzählen. Und noch eine Darstellung. Ja, wenn die hungern, gibt es keine Zürmhäuser mehr. Ein Mangel an Zürmhäuser entsteht, wenn es Zürmen ohne Unterkunft gibt. Zürmen, wenn sie sich in Luft auflösen. Wenn sie keine Struktur zugeteilt sind. Wenn sie hungern oder wenn es einen Mangel an Zürmhäuser gibt. Okay, ich muss den Vorrat also hochhalten. Nachdem nun alles klar ist, ist es eine Zeit, mit der Explosion meines Reiches fortzufahren. Aber die Frage ist nur, wohin? Mein Herr? Ja, Kommandantin? Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, wieso expandieren wir nicht weiter in den Norden, in das Gourabi-Gebiet? Unsere Sucher sind soeben zurückgekehrt und haben etwas entdeckt, das eine Ruine sein könnte. Das könnte auch für euch interessant sein, nicht wahr? Das ist äußerst interessant. Vorwärts! Wenn die einfach hier irgendwo was bauen? Hm. Naja. Eva, äh, vergnügt sich hier, ne? Naja, Hauptsache, die machen alle ihren Job. So, hier schön rein expandieren. Hm, diese Ruine sieht aber nicht sehr vielversprechend aus. Schwer zu sagen, wofür sie verwendet wird. Also lasse ich sie einfach mal so. Nachdem ich schon weit expandiert habe, sollte ich mich auch mal um die Abwehr kümmern. Eine Zirmenkaserne wäre keine schlechte Idee. Aber das würde heißen, ich benötige schon bald mehr Zirmen. Lass uns auf dem neuen Toyatorium noch ein Zirmen hausbauen, um mehr Zirmen zu produzieren. Okay, jetzt wird die Armee gebaut. So, das produziert nicht genügend Zirmen. Wir brauchen noch eine Vorstätte. Hier kann ich dann direkt einen hinrufen. Das schaffe ich auch ohne, dass der es mir erklärt. Populationen, okay. Ab und vor Ort auch. Perfekt. Dieses Gebiet braucht noch eine Abwehr. Selbst würde ich wohl eine Zirmenkaserne bauen, die perfekt ist, um das Gebiet vor Gegnern zu schützen. So, jetzt kommt hier meine Mannschaft hin, die das Gebiet hier verteidigen soll. Fast hätte ich es vergessen. Ich brauche noch einen Zirmenstützpunkt, der meinen reich vor fliegenden Gegnern schützt. So, Stützpunkt. Äh, warum kann ich da keinen hinrufen? Zurzeit, die Zirmen zu rufen. So, jetzt machen die ihren Job. Ah, da müssen mehr als einer hin. Zu jedem von denen drei. So, jetzt kommen ein paar Zirmen hier hoch. Dann habe ich jetzt überall drei. Gut. Passt gerade so. Ausgezeichnet. Damit sollte mein Reich ausreichend geschützt sein. Mein Heer, ihr ist näher an sich Gegner. Was sollen wir tun? Schick sie dort hin zurück, wo sie hergekommen sind. Jawohl, mein Heer. Auf in den Kampfschwestern. Los geht's. Feuer. Macht sie fertig, Jungs. Die macht ihr überhaupt nix. Puh, scheint so, als würden immer nur mehr von denen kommen. Ich glaube, wie sollte mein Reich etwas aufpeppen, bevor wir weiterziehen. Wir sollten noch mehr Strukturen bauen. So, da können wir was bauen. Wo können wir noch was bauen? Okay, da kriege ich noch mehr Skits, oder wie? Wo kann ich noch was bauen? Ah, hier oben. Erstmal expandieren. So, dass wir dann hier reinkommen, ne? Wir haben hier gerade noch gut Äpfel. Hm. Unser Apfel vor Ort ist gering, aber dort drüben sehe ich einen vielversprechenden Baum. Wir sollten ihn einnehmen, um köstliche Äpfel zu erhalten. Damit können wir meinem Reich den letzten Schliff verpassen. Hier ist so viel Tutor hier gerade. Der Baum ist mein. So, den Baum habe ich. Jetzt kommt hier eine Kaserne hin, wo ich dann direkt drei Leute hinberufe. Oder auch nicht, weil mich das Spiel schon wieder nicht lässt. So, jetzt darf ich. Also, das ist ein Meter halt. Mitten des Kampfes haben meine Suche, das ist muskulöser, aber voll aussehende in die Videom, von dem ich vorhin sprach, entdeckt. Das sieht doch wie der Kerl aus. Es kommt mir auch vor, dass ich hier jemanden treffe. Das gefällt mir nicht. Aber in die Neugier hat mich gepackt. Ich brauche etwas Abwechslung. Lass uns nachsehen, was er will. Ich grüße dich, du kleines, grünes Geteo. Du hast ein ziemliches Chaos in Gumbur verursacht. Chaos ist wohl nicht das richtige Wort dafür. Also, er war schon sehr zufriedenstellend. Das glaube ich dir. Das Gourabi-Gebiet verdient jeden bisschen Unglück, das über es hereinbricht. Nicht harsche Worte, wieso würdest du das sagen? Mit meinen Leuten geschieht etwas Eigenartiges. Ich vermute, es hängt damit zusammen, was im Gourabi-Gebiet vor sich geht. Nun, alles klar. Oder warte. Nein, doch nicht. Es erklärt nicht, warum du hier bist. Lass uns damit beginnen. Ich bin ein Privatschlüffner. Wie bitte ein Privatschlüffner? Schnell, was? Das steht für Detektiv, du Idiot. Mein Name ist Kloos. Detektiv Kloos. Ah. Und was willst du nun von mir? Ich mag es, wenn man gleich auf den Punkt kommt. Ich muss auch so auf der Suche nach dem Doberruin. Ach, oh. Ja, ganz genau. Dann haben wir das wohl dasselbe Interesse. Ich möchte weit in das Gourabi-Gebiet vordringen, aber ohne eine Dormarone komme ich nicht an den Gigantischen Hohentor vorbei, welches den Weg versperrt. Meine Quellen, wie sollen, dass in den Grislerbergen eine Dormarone verborgen ist. Barriere verhindert jedoch ein Vorbeikommen. Ich habe dich in Gumbur und bei der vorherigen Schlacht in Aktion erlebt und mir gedacht, dass du und deine Türme mir helfen könntest. Diese Ruine war einst bekannt dafür, eine enorme Kraft in sich konzentrieren zu können. Um die Barriere auszulösen, sollte es ausreichend sein, wenn du die Ruine besetzt und Zürme rufst, damit sie ihre Energie dort sammeln können. Klingt nach ziemlich viel Arbeit, aber betrachte es halt erledigt. Danke dir. Oh, und so nebenbei bemerkt, man weiß nicht, was den Zürmen zustößen könnte, sobald sie die Ruine betreten. Sehr klug, in diesem Gebiet die Abwehr auszubauen, nur für den Fall, dass etwas passieren sollte. Danke für den Hinweis. Okay. Herr damit. Ein paar Zürmen dahin. Ich glaube, ich müsste noch ein weiteres Haus bauen. Da ist ein Gegner. Macht ihn fertig. Äh, ich kann auch noch die Gebäude hier reparieren. Klingt nach einer guten Idee. Sag mal, wozu seid ihr zu gebrauchen? Was zum Henker? Ist das ein Hinterhalt? Ich muss meine Zürmen beschützen. Kommandante, die Abwehr bereit machen. Jawohl, Herr Harmeid. Verteilt die Ruine mit euren Lebensschwestern. Mach das Ding noch mal kalt. Die Häuser hier gehen gerade zugrunde. Ich muss die unbedingt reparieren. Wusste ich doch, dass da nochmal ein Angriff kommt. Okay, hier ist alles repariert. Ah, ich kann auch in die Dinger rein expandieren. Dann kriege ich einen neuen Skill. Dann kann ich jetzt einen Doppelsprung. Und drei neue Attacken. Okay. Ich kann jetzt stampfen in der Luft. Ich kann jetzt meinen Angriff aufladen. Und eine Welle mit diesem Terraschlag machen. Okay, wo kommen die nächsten Gegner her? Da. Macht sie fertig. Mädels. Ich vergesse die ganze Zeit, dass das alles Frauen sind. Macht sie doch kalt. Da ist der Nächste. Ich versuche, hier so gegenzuhallen. Ruine geschafft. Weg damit. Ausgezeichnete Arbeit. Sieht so aus, als könnten die Zilm die Barriere auflösen. Die haben mich nun aber schon ins Schwitzen gebracht. Wie bescheiden. Zumindest für die nächsten Wochen werden die Leute darüber reden, was du ihr vollbracht hast. Das sollten sie auch. Ja, sollten sie wohl. Jedoch wäre es vermutlich klug, deine Deckung übergehend nicht fallen zu lassen. Es wäre das Beste, wenn ich zuerst zum Hauptquartier zurückgehe, bevor ich mich auf den Weg in die Berge mache. Vielleicht sehen wir uns dort wieder. Ja, das könnte sein. Du solltest jedoch vorsichtig sein. In letzter Zeit haben die Erschütterungen des Berges zugenommen. Und die Gegner werden dann gleich vermutlich weiterhin angreifen. Wir werden unsere Augen aufneiden. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. So, jetzt erstmal hier weiter reparieren. Ich denke, wir tun, was der Koloss gesagt hat. Und machen sie auf dem Weg zu den Güsslerbergen. Erstmal repariere ich hier und danach vernichte ich die. Diese dreckigen. Die versuchen sich aber auch nur zu verteidigen. Man, wie lange geht denn der Angriff noch? Ich würde gerne da in diesen Ofen rein expandieren. Für eine weitere Technik. Bevor jetzt hier die nächsten Leute... Ja, ich werde auch mal durch den Angriffen. Denke ich mir, komm. Das war jetzt schon eine recht lange Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abonnenten, ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.